Hallo und herzlich willkommen bei einem kleinen, ja ich sag mal, es ist eigentlich eher eine Demo, aber wir spielen heute Rabbit Hole Kapitel 1 und ich hatte das auf Steam kurz durchgelesen gehabt und es schien ganz gut und deswegen, ja ihr seht, die Übersetzung ist vielleicht nicht ganz so gut und wie gesagt hier, wenn es cool ist, dann holen wir uns die V-Version und spielen es durch. Wir schnacken nicht lange, ihr kennt es, wir starten gleich ins Spiel rein und ich bin gespannt, es geht um irgendeine Stadt und ja, schauen wir mal. Okay, ein Zombie. Junge, zieh dein Bein nicht so hinterher, das ist ungesund. Kann ja wohl nicht wahr sein. Welcome to Rabbit Hole Population 51.201. Lass mich raten, der knallt jetzt voll um. Oh, doch nicht. Naja doch, so ein bisschen jedenfalls. Alter, das Rad sieht auch nicht mehr gesund aus, das sieht jetzt aus wie das Bein vom Zombie. Ja, so, Ladebildschirm, wir kennen es, wir lieben es, Ladebildschirme sind unsere besten Freunde. Ja, ist halt so. Okay. Hey Kollege, geht es dir gut? Okay, wir gucken uns natürlich erstmal um. Können wir uns selber sehen? Ja, können wir, aber so, Moment, sehen wir nicht. Haben wir Flashlight? Oh, wir haben Flashlight. Nice. Zeig dich mal her. Das ist also Sean. Sagt Hallo zu Sean. Ne? So, ich habe keine Ahnung, wir haben keine... Warte mal, wenn ich Tab drücke... Oh, okay. Okay, Tab ist also Inventar und so. So, da müssen wir mal gucken. Klaviatur. W-A-S-D-E-F-C-T-H-L. Purzelbaum. Okay, wir machen gleich einen Purzelbaum. Wir lernen das sowieso alles mit der Zeit. Und wir machen einen Purzelbaum. Wie geht denn den Purzelbaum? Ah, sehr schöner Purzelbaum. Wunderbar. So, hier können wir nichts durchsuchen. Leute, lasst euren Müll nicht an der Straße liegen. Da ist irgendwas. Wir können auch rennen. Sehr schön. Das ist eine Map, wie ich sehe. Karte des Geländes. Sehr schön. Haben wir denn irgendwie Karte... Landkarte hier. Aha. Okay. Welcome, da sind wir. Okay, wir sind jetzt im Trailerpark praktisch. Müssen wir irgendwo hin? Zeigt ihr uns hier irgendwas an? Ne, nicht wirklich. Wir müssen also gucken, dass wir... Wahrscheinlich... Unsere Tochter sehen? Finden? Ich weiß es nicht. Hallo? Hallo? Sir? Ist da jemand da? Hallo? Hallo, ich hatte einen Unfall. Dafür, dass wir einen Unfall hatten, geht es uns aber relativ gut. Also, außer, dass wir gegen Laternen laufen. Ja gut. Schauen wir uns erstmal um. Hier, ich habe keinen Plan. Der Zombie ist tot. Der steht doch nicht mehr wirklich auf. Haben wir denn noch was im Auto, was wir vielleicht benutzen könnten? Weil ich... Ich meine, auch wenn ich einen Unfall habe und es mir gut geht, würde ich doch eher gucken, ob ich noch irgendwas aus dem Auto benutzen kann. Finden Sie eine Tankstelle, um Hilfe zu rufen? Jetzt kriegen wir die Info. Ah. Äh. Automatisch speichern. Das Kaninchenbild erscheint, wenn das Spiel gespeichert wird. Das ist kein Kaninchen. Entschuldigung? Madame? Hallo? Es ist die Krähenfrau! Mit nur einem Arm. Es ist ein einarmiger Bandit. Banditin. Noch Elvis! Hallo! 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 Okay. 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 Hey wehs. naja, gehen wir mal davon aus es gibt wirklich sowas wie eine Art Reinkarnation aha, okay, alles klar dann könnte das ja eigentlich fast möglich sein, ne so, ich schau mich jetzt mal um wir können ja mal versuchen, Elvis Elvis, ähm, Futter zu bringen vielleicht klappt es ja, oh, ein Polizeiauto warum steht das hier und warum ist es offen warum liegt hier Stroh okay der Sheriff hatte anscheinend auch einen Unfall wahrscheinlich wegen der alten Dame aber die Autos stehen alle hier was ist hier los okay was haben wir hier hoch eine Schießpatrone okay, das ist schon mal positiv ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass wir hier schon rumlaufen alter, ihr habt so ein großes Kreuzel, ich passe gerade so durch die Tür okay, wir müssen uns umschauen, ich habe nämlich keinen Plan und wir haben keine Aufgabe nee ich würde die, ja genau, die Schaufel einfach nehmen ein Gerät zum Erdbohren ein Gerät zum Erschlagen studieren okay, nein okay, das kann ich nicht benutzen warum kann ich das nicht benutzen wenn jetzt hier ein Zombie irgendwie kommt, bin ich voll ungeschützt okay, hier ist zu hier ist auch zu da brennt Licht was haben wir denn hier hallo ist da jemand hallo entschuldigung ähm das ist doch das ist doch jemand mit einem Hasenkostüm oder jedenfalls mit einer Hasenmaske alter creepy shit okay, da ist nichts ich dachte, da können wir irgendwie rüberklettern aber das scheint er wohl nicht zu mögen Auto ist nichts so, was haben wir denn da that way this way oder this way und that way ich würde sagen, wir nehmen this way und that way ja dann fühlt sich keiner irgendwie schlecht ach du scheiße warte mal wie kann ich nochmal kämpfen okay warte, ich muss gucken da stand Kontrolle Kontrolle ähm zielen, schieße, Waffe aber ich kann es nicht okay shit, wir brauchen irgendwoher eine Waffe dann ist this and that way wohl falsch und wir müssen erstmal this and that way laufen warum kann man nicht springen das finde ich ein bisschen doof ach verdammt wieso sind denn hier überall Zombies Zombie oder Not-Zombie das ist hier die Frage okay, jetzt sind wir wieder am Anfang I guess okay das macht die Sache jetzt natürlich etwas schwieriger da ist die Gas Station also müssen wir eigentlich in diese Richtung laufen ich denke wir finden was in der Gas Station sagt mir mein Gefühl hallo Elvis ich pflücke für jeden aus der Community noch ein Blümchen hier und dann sollte das ja eigentlich passen ne und wir sind mittlerweile 83 äh bitte was alter hab ich mich erschrocken boah sprühwurstkacke bonjour comment ça ähm matte bin w 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 Animationen ist wieder beste. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Na? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr schön Aber sonst ist hier halt nichts, ne? So, mach's gut, Charlie Wir sehen uns Das Wohnmobil erinnert mich jetzt schon ein bisschen an The Walking Dead Little pig, little pig, let me in Okay, wir gehen also wieder zurück zum Haus der Mutter Ich denke mal Bitte was? Okay Oh, verdammte Wo kam der denn her? Warte, gib mir kurz die 1 Den haben wir überlebt Alter, hab ich mich erschrocken Der muss ja richtig gut im Zielen gewesen sein, der Charlie Jetzt haben wir zwar den Schlüssel und wir können die Omi holen Also die Mutter von dem, aber So wirklich bringt dem das jetzt auch nichts, hab ich das Gefühl Ach, da ist Elvis Aber okay, wir haben's versprochen Also gehen wir gucken Wo ist die Charlies Haus? Okay, geradeaus Wo die Mutter ist Und wenn ihr selber die Geschichte von Sean spielen wollt, ne? Könnt ihr das natürlich gerne tun So Okay Alter, das war ein klatter Kopfschuss Alter, willst du sterben? Ähm Okay, ich weiß, warum Charlie gestorben ist Holy Moly Die stecken zu viel ein Liebe Spieleentwickler, die stecken zu viel ein Aber okay Oh ne, da will ich nicht lang Wir müssen gucken, ob wir einen anderen Weg finden Wer bist du denn? Hallo? Hallo? Hey, was ist los? Was ist los mit dir? Der hat ja ein bisschen was von Kommissar Rex, ne? Ja, ich weiß, was ist hierin? Ich bin ein bisschen was von Kommissar, wir sind ja in die Geist, ich bin da die Geist, wir sind nicht einfach malsplast,